Ich erinnere, dass ich noch nicht in mein eigenes Auto einsteigen kann, wenn du als Beifahrer einstimmst. Ja, das ist echt... Oh... Keine Ahnung, was da los ist. Fock die Posten. Könner Scheiße. Alter, das ist die Raussprung und sterben, ne? Das ist... Nee. Nein. Das ist die Range von den Viechern, die ist wirklich incredible. Kommt auf die Höhe an, ne? Ob die Falsche was bringt oder nicht. Ja. Ja. Ist sowas asoziales, liebe ich ja, Dark Souls, ja. Verfolgungsjagd, oder was hast du vor? Ei! Ausgestiegen. Ausgestiegen. Das ist mega. Ja, als ob das die Lösung für alles wäre. Ja, das ist doch noch ein ganzes Ziel. Aber die Grafik hat wieder 100 Bar rein. Und selbst die Cores sind jetzt bei Flügel. Ja. Hast du jetzt eigentlich wieder Ruhe, Michaela, oder? Ähm... Die sind weg, ja. Ruhe habe ich trotzdem nicht, aber ja, die sind erst mal weg. Ich versuch mich gerade abzulenken von dem ganzen... ...geberabbeln, was drüben ist. Ich glaub, auch ganz kurz. Ich geh' grad nicht mehr. Ich hab grad in eine OFA geguckt von dem Mann hier. Und am Ende sagen sie so ein Satz halt, das ist eine Fan des Kiers alles alle hofft. Und was davor passiert, das war einfach nur der Burner. Ja. Ja, ich weiß, warum jetzt... ...ich Philosophie so schlecht war, weil jetzt in jeder Stadt wird Strike angefangen. Außer... Hallo, Tod. Du kommst echt zurück! Meinst du jetzt im Game, oder meinst du jetzt generell? Ja, bei mir. Bei mir im Game. Also, Philosophie hab ich damals verkackt. Ich hab dann die Philosophie geforscht, aber wie es aussieht, sind die falsche. Das ist jetzt... ...jede...